Willkommen zurück bei meinem zweiten League of Legends Video, wo ich heute mal Fizz gespielt habe. Wie ich meine Gegner sowohl mental als auch physisch zerstört habe, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ich hab's grad gar nicht verstanden, an was ich gestorben bin. Wie, war's wie so ein Burn oder was? Hm, ich glaub nicht, dass es Ignite war. Na, muss es aber wahrscheinlich auch noch. Weil... 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 Das ärgert mich... Sonst hat mich nichts, was... Länger braucht, um zu killen. Ich weiß nicht, was es war. Das ärgert mich grad richtig. Wie sieht denn immer? Oh, ich hab hier ein Ding in Outplay. Ah, die hat zum Ganzen wird ein TP. Junge, ich war gerade so komisch in, äh, Minions gesteckt. Wir haben bestimmt drei Sekunden nicht aus meinen drei Minions rausgekommen und war da drin gesteckt, ja, der Minion Block nämlich. Hehehe, boah. Huh! Oh, war das close. Zumindest, da hab ich... Ach, voll, ey. Wait, what? Hä, wenn ich die mit meiner... WTF, sie schreibt XD. So dumm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir haben keinen Objective Control, aber wir sind einfach alle ziemlich gefeadet. Ist die Hunger von uns negativ, ne? Bei denen hat alle außer einer. Ich wollte da eh nicht lang. Okay. Get me out. Oh, what the fuck. Digga, was war das denn, Alter? Hallo. Ach, wie geht's ihnen? Oh. Ich bin so kacke. Oh. Bye, have a great time. Was willst du denn? Bande! Auf plate, Digga, good job. Digga, was ist das denn für eine Ult gewesen? Wow. Also wenn sie mir dann auch hinterher strudelt durch die zwei Millionen Leute. Freel macht quasi auch noch töten. Macht eigentlich keine Menschen diese Vorder, Alter. Junge, what the fuck. Scheiße, so eine Frechheit. Oh shit. Das ist enough. Die ist so tot. Hä? Was hat mich denn da geroutet, man? Können 40-Jungen-Dragön holen. Oh Leute, die haben surrendered. Nevermind. Wir holen ja gar nix. Nice. Tschölich, schmackhaft. Daumen hoch. Oh man. Ich hab Angst vor dem. Oh. Nice approach. Close enough. Das war meine Rache. Oh mein Gott. Muss ich? Ja raus. Komm ich nehme mir das Platinum und dann gehen wir. Zack. Und raus. Was? Why are you running? Why are you running? Why are you running? Nice. Was hab ich jetzt gemacht? Ganz wild. Komm Kragas ist auch hier momentan. Oh shit. Nice. Hat er. Das war ein nicer Gank. Chillig. Was hab ich mit? Lol. das ist einfach seine ultra fein ja ja Schnellig Schnellig Schillig Geh, Geh. Nice. Lief gut. Close enough. Oh Gott, das war knapp und beängstigend vor allem. Close enough. Und beängstigend. Call an ambulance. Call an ambulance. But not for me. Nice. Yeet. Sad. Fizz, please. Afk for five minutes. Schmackhaft. Muss ich sagen, schmackhaft. 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 Will you help me? hier war das wilden alter mit ihr Egal no way, wir haben alle fucking Scheiße man, wir haben alle fucking Infernal Soul, haben alle fucking Scheiße man Oh, das war das nochmal Das war jetzt echt scheiße man Das war kacke Ja, ich kann da gar nichts machen Ist das stupid Oh man Jo, ich hoffe ich konnte euch auf jeden Fall Ein ganz witziges Video zusammenschneiden Mit meinen paar Fizz Clips Die ich jetzt hier zusammengespielt habe Und ja, wenn ihr noch mehr LOL sehen wollt Schreibt es gerne in die Kommentare Und wir sehen uns wieder nächsten Samstag Ciao Ciao